45 bis 62 Prozent aller Autisten ohne Intelligenzminderung erfüllen nach Studienlage zusätzlich die Kriterien für eine oder mehrere Persönlichkeitsstörungen. Das ist ein Thema, über welches wir in diesem Video einmal sprechen sollten, weil es eine erhebliche Tragweite hat. Ich weiß, dass dieses Thema für viele Autisten auch sehr unbequem ist, dass man sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen möchte, zusätzlich zum Autismus auch noch Persönlichkeitsgestört zu sein. Trotzdem, wie gesagt, ist es ganz, ganz wichtig, da einmal drüber zu sprechen. Zusätzlich werden wir in diesem Video auch nochmal auf das Thema Fehldiagnosen bei Autismus zu sprechen kommen. Ich hatte ja in einem der vergangenen Beiträge schon erwähnt, dass es verschiedenste Experten und Diagnosestellen gibt, welche sagen ca. 50 Prozent aller Menschen, welche jetzt bereits eine Diagnose auf Autismus haben, sind in Wahrheit fehldiagnostiziert und haben gar keinen Autismus. Ja, und viele dieser fehldiagnostizierten Menschen haben stattdessen eventuell eine Persönlichkeitsstörung. Über all das und noch viel mehr sprechen wir in diesem Video. Ja, 42, 45 bis 62 Prozent aller Autisten ohne Intelligenzminderung erfüllen zusätzlich die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung. Welche Persönlichkeitsstörungen sind das ganz genau? Ja, vorwiegend sind das, hier zitiert nach Daniela Dankova, die schizoide Persönlichkeitsstörung, die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die selbstunsichere bzw. vermeidende Persönlichkeitsstörung, die paranoide Persönlichkeit und die schizotype Persönlichkeitsstörung. Auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist übrigens bei oder unter Autisten nicht selten. Ca. 10 Prozent, insbesondere der Mädchen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, erfüllen zusätzlich die Kriterien für das Asperger-Syndrom. Warum ist es so wichtig, über dieses Thema einmal zu sprechen? Wir können ja in Beiträgen, in den Autismus-Foren, im aspis.de-Forum zum Beispiel, oder in den entsprechenden Discord-Foren, wird ja zum Beispiel immer wieder besprochen, breitgetreten, dass Autisten ganz, ganz häufig zum Beispiel zusätzlich auch die Kriterien für ADHS erfüllen. Über Persönlichkeitsstörungen wird aber erstaunlich wenig gesprochen, obwohl ja komorbide Persönlichkeitsstörungen genauso häufig vorkommen wie komorbides ADHS. Vielleicht sogar, je nachdem welche Studien man da bemühen möchte, sogar noch häufiger, noch mehr Autisten ohne Intelligenzminderung zusätzlich die Kriterien für Persönlichkeitsstörungen erfüllen. Ja, leider ist es so, dass wenn man die Kriterien oder wenn man die Diagnose Autismus-Asperger-Syndrom einmal erhalten hat, viele sich dann darauf ausruhen und nicht mehr weiter auf die Suche gehen, ob da eventuell in ihnen noch andere, ich sag's jetzt einmal, Konflikte vorliegen. Es wäre aber ganz, ganz wichtig, weil die alleinige Diagnose oder die alleinige Erkenntnis, sag ich einmal Autist zu sein, stellt ab einem bestimmten Punkt eventuell auch eine Sackgasse dar. Persönlichkeitsstörungen führen ja auch zu erheblichen persönlichen Leid, führen übrigens auch zu großem Leid und einem Leidensdruck beim Umfeld. Weltschmerz, das Gefühl von innerer Leere, Menschenhass, allgemeine antisoziale Tendenzen, Probleme, die eigenen Emotionen zu regulieren, das alles sind Eigenschaften, welche man gemeinhin bei persönlichkeitsgestörten Menschen vorfindet. Und das sind auch Dinge, die ganz, ganz häufig bei Menschen mit Autismus, mit Asperger-Syndrom vorkommen. Das sind häufig die Probleme von Autisten. Und wenn natürlich die Ursache dafür nicht der Autismus ist, sondern die Persönlichkeitsstörung, ist es ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass da jemand auch eine Persönlichkeitsstörung zusätzlich aufweist, um eben diese Probleme, ich sag es nochmal, die beim Einzelnen zu einem erheblichen Leidensdruck führen, dann auch beseitigen zu können, therapeutisch angehen zu können. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dieses Thema Persönlichkeitsstörungen einmal auf den Tisch zu bringen. Und übrigens verfälscht es ja auch so ein bisschen, ja, die Wahrnehmung und den Blick auf Autismus. Wenn wir da Autisten sagen, Autisten haben, die überall vielleicht sogar mit ihrem Autismus hausieren gehen, in Internetforen darüber schreiben, auf Discord-Servern darüber diskutieren und sagen, hey Leute, schaut mal, ich habe die Diagnose Asperger, hochfunktionaler Autismus, so und so bin ich. Ich präsentiere mich der Welt jetzt als Beispiel dafür, wie Autisten sind. Diese Person aber erheblich persönlichkeitsgestört ist, das aber nicht thematisiert, das nicht auf den Tisch bringt, dann führt das natürlich auch zu einer verzerrten Wahrnehmung davon, was Autismus ist, wie sich Autismus nach außen hin zeigt oder wie eben nicht. Und da muss ich auch wirklich mit meinen Mit-Autisten ein bisschen schimpfen an dieser Stelle. Allgemein sagt man, Autisten wären sehr gutmütige Menschen. Autisten seien sehr rationale, emotional unaufgeregte, unkomplizierte Menschen. Viele Autisten aber gerade in den sozialen Medien, das habe ich auf diesem Kanal ja schon häufiger auch thematisiert, zeigen aber ein ganz anderes Bild, sind nicht sehr gutmütig, sind emotional sehr feurig unterwegs, sind emotional aufgepeitscht, neigen eventuell sogar in den sozialen Medien gegen andere Autisten oder gegen neurotypische Menschen zu hetzen, sind Menschenfeinde gar, erzählen über ihr persönliches Leid und so weiter und so fort. Ja, und das ist eigentlich sehr unautistisch, ja, und ich finde, das ist auch kein guter Umgangston. Und ja, da beißt sich auch so ein bisschen die Katze im Schwanz natürlich, wenn ich weiß, wie von der Autismus-Community, der Autismus-Bubble teilweise über solche Videos wie dieses hier diskutiert und gesprochen wird. Nämlich sehr aufgeregt, sehr unwissenschaftlich, sehr vermeidend, sich mit den unbequemen Fakten auseinanderzusetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da bin ich fast ja so ein bisschen enttäuscht von meinen Autisten, ja, von meinen Mit-Autisten, dass da so unwissenschaftlich und, ja, Fakten, ja, Fakten vermeidend mit solchen kontroversen Themen, das weiß ich, umgegangen wird. Aber nochmal, bevor wir jetzt gleich nochmal darüber sprechen, dass 50% aller bereits diagnostizierten Autisten überhaupt völlig fehldiagnostiziert werden, das, meine Lieben, sind aber nun einmal Fakten. Ich beziehe mich ja hier jetzt im Hinblick auf die komorbiden Persönlichkeitsstörungen auf Studien. Ich präsentiere Studien. Das sind die Fakten, mit denen ihr, ich richte mich jetzt mal direkt an meine lieben Mit-Autisten, auseinandersetzen solltet. Ihr solltet nicht mein Video oder mich als Überbringer dieser Botschaft verteufeln. Ihr solltet euch in bester, autistischer, rationaler, wissenschaftlicher, gutmütiger, unaufgeregter Manier bitte mit diesen Fakten, diesen Studien auseinandersetzen. Und die Studien verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Ja, 50% Fehldiagnosen. Darüber zu sprechen, das ist auch nochmal in diesem Kontext ganz, ganz wichtig. Aus zwei Dingen. Erstens, weil leider mit meinem Video zu diesem Thema genauso unwissenschaftlich umgegangen wird. Oder umgegangen wurde. Das weiß ich, dass außerhalb von YouTube das sehr verrissen wurde, da ja sehr gegen mich als Person auch geschossen hat. Fakten verdreht, verleugnet wurden. Auch wieder, weil es vielleicht sehr, sehr unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen, eventuell eine Fehldiagnose zu haben. Obwohl ich mir sehr sicher bin, dass ich das in dem Video damals auch schon angesprochen habe und gesagt habe, hey, ich weiß, dass es Leute gibt, die Angst haben, dass ihre Asperger-Diagnose falsch sein könnte. Ich spreche niemandem da draußen, keine einzelne Person, durch das Benennen der Fakten seine Diagnose ab. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Trotzdem kann das nicht, nur weil es Menschen gibt, die Angst haben, fehldiagnostiziert zu sein, dazu führen, in völlig unautistischer Manier dieses Thema nicht besprechen zu dürfen, ganz rational. Ja, und zum anderen, ja, weil wir natürlich auch hier sehen müssen, dass viele Menschen, die vielleicht völlig falsch diagnostiziert sind auf Autismus, stattdessen nicht nur zusätzlich eine Persönlichkeitsstörung haben, sondern überhaupt eine Persönlichkeitsstörung, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine schizoide Persönlichkeitsstörung, eine der wichtigsten Differenzialdiagnosen zum Thema Autismus. Und ich finde es immer ganz, ganz witzig, und das auch nochmal bitte zum rationalen Reflektieren, ja, dass immer gesagt wird, hey, ich hatte schon zehn Diagnosen bekommen, oder ich habe einen Diagnosemarathon hinter mir, wo ich schon 20 verschiedene Diagnosen bekommen habe, jetzt wurde aber endlich die richtige Diagnose gestellt, nämlich, dass ich das Asperger-Syndrom habe, dass ich im Autismus-Spektrum bin. Ich möchte jetzt die Frage stellen, wenn schon 20 Mal oder auch nur zehn Mal eine andere, jetzt als falsch verschrieene Diagnose gestellt wurde, Wie kann man sich dann so siegessicher sein, jetzt endlich mit dem Autismus richtig diagnostiziert worden zu sein? Erhöht nicht ein Marathon von Falschdiagnosen die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Autismus-Diagnose auch falsch ist? Ich weiß, das ist ein Trigger. Ich weiß, dass jetzt wieder die Leute, die Angst haben, falsch diagnostiziert zu sein, da wieder Angst bekommen, jetzt einen Abwehrimpuls entwickeln. Aber meine Lieben, bitte rational diese Dinge zu diskutieren. Unbequeme Themen, nur weil etwas Unbequem ist, bedeutet das nicht, dass es dann einen Freifahrtsschein gibt, das totzuschweigen. Das ist ganz wichtig. Ja, und so sehen wir, und das habe ich in meinem damaligen Video auch gesagt, dass Professor Dose zum Beispiel in einem für mich bereitgestellten, auf meiner Internetseite veröffentlichten Artikel, eine Rate von Falschdiagnosen bei Autisten von 50% angibt. Ich habe in diesem Video auch darauf verwiesen, dass die Fachstelle für Autismus des Max-Planck-Institutes angibt auf ihrer Internetseite, dass ihnen von außerhalb zugewiesene Autisten in 40% der Fälle falsch diagnostiziert wurden. Und ja, diese Faktenbenennung aus meinem letzten Video wurde dann in der Diskussion hinterher in autistischen Communities außerhalb von YouTube, Instagram, Discord, Asperger-Foren, whatever, ja sehr verrissen, dass zum Beispiel gesagt wurde, der Professor Dose, der hätte doch gar keine Ahnung, der hat doch gar keine Ahnung von Autismus. Wie kann der denn überhaupt diese Zahl behaupten? Das ist doch seine persönliche Meinung. Meine Lieben, Professor Dose ist einer der noch immer der überhaupt in Deutschland anerkanntesten und einflussreichsten Experten zum Thema Autismus. Professor Dose hat selber eine Autismus-Fachstelle geleitet viele, viele Jahre lang, ist wissenschaftlicher Berater im Bereich Autismus für diverse andere Diagnosestellen und stellt natürlich auch selber oder hat selber natürlich war als Diagnostiker tätig. Aber gut, sei es drum. Lassen wir Professor Dose hier mal beiseite. Gehen wir aufs Max-Planck-Institut. Es wurde auch im Hinblick auf das Max-Planck-Institut gesagt, ja, wenn das Max-Planck-Institut sowas sagt, das hat doch gar keinen Wert. Wo sind denn bitte Studien zu diesem Thema? Wir wollen Studien. Wir wollen keine Aussage vom Max-Planck-Institut. Aber auch hier, es geht doch hier gerade, das ist doch die Aussage der Autismus-Fachstelle des Max-Planck-Institutes, in dem diagnostiziert wird. Und wenn eine Diagnosestelle sagt, hey, von außerhalb zugewesene Autisten 50% der Fälle nach unseren Kriterien, nach unseren Maßstäben, auch das habe ich übrigens mit hoher Sicherheit im letzten Video betont, sind falsch diagnostiziert, dann ist das doch eine belastbare Zahl. Das ist doch ganz wichtig. Diese Leute stellen doch die Diagnosen. Und das Max-Planck-Institut sind doch die Leute, die Studien herstellen. Das ist doch ganz wichtig. Da kann man doch nicht faktenwidrig das einfach so verdrehen und verleugnen. Und natürlich auch in diesem Video, um den Aufschrei nach Studien diesbezüglich zu befriedigen, nenne ich euch hier da noch eine Quelle, und zwar eine Studie, die auch ganz, ganz viel Wirbel ausgelöst hat damals, die breit in Fachzeitschriften diskutiert wurde, wo, bitte prüft die Quellen, geht auf die Studie in der Videobeschreibung, wo Krankenkassendaten ausgewertet wurden. Ja, und wo geguckt wurde, hey, wenn in der Vergangenheit eine Autismusdiagnose gestellt wurde, bei wie viel Prozent der Leute ist denn überhaupt noch diese Autismusdiagnose bei einer zweiten Überprüfung nach einigen Jahren überhaupt noch in der Krankenakte aufgeführt? Und da hat man festgestellt, dass in zwei Drittel der Fälle, also noch mehr als 50 Prozent, eben nach einigen Jahren die Autismusdiagnose aus der Krankenakte verschwunden war, bei den ganzen überprüften Versicherten. Das heißt also, dass die Autismusdiagnose, die dort gestellt wurde, falsch war, sich oder im Laufe der Zeit nicht mehr als relevant herausgestellt hat, dass das wieder verworfen wurde, dass dann gesagt wurde, hey, das kann ja nicht stimmen, und deswegen führen wir diese Diagnose nicht mehr weiter in der Krankenakte. Schaut euch die Studie, ich habe euch da jetzt ja schon was zu eingeblendet, schaut in der Videobeschreibung euch die Studie an, beschäftigt euch in rational, wissenschaftlicher, autistischer Manier mit den Fakten und rebelliert nicht gegen mich, der nur diese Fakten nennt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ein Argument möchte ich ja auch noch entkräftigen zum Schluss dieses Videos, auch was, um auch mal wieder zu sehen, wie in der Community, in der Bubble von Autisten in unautistischer Manier, aber Achtung, Trigger, jetzt provoziere ich ein bisschen, allerdings wie es für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen natürlich emotional, abwehrend, teilweise auch typisch ist, die ja in 45 bis 62 Prozent der Fälle bei hochfunktionalen Autisten, und das sind nun mal meine Zuschauer, zusätzlich die Kriterien erfüllt sind, wie umgegangen wird mit meinen Fakten, mit meinen Argumenten, das gesagt wurde, ja, lieber Tom, so wurde ich nicht angeredet, ich wurde sehr, sehr häufig dort beschimpft, ja, ähm, lieber Tom, ähm, was erzählst du denn da für ein Quatsch? Mädchen mit Autismus sind doch noch immer unterdiagnostiziert. Es gibt Studien, die belegen, dass Mädchen noch immer unterdiagnostiziert werden, und da sehen wir, was du für ein Quatsch erzählst, dass 50 Prozent der gestellten Autismusdiagnosen falsch wären. Ja, aber was ist das denn für eine schiefe Argumentation? Nur weil Mädchen noch immer unterdiagnostiziert sind, das hat doch nichts damit zu tun, dass 50 Prozent der bereits gestellten Diagnosen aller Autisten, vermeintlichen Autisten, also Jungen und Mädchen falsch sind. Das sind doch völlig zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, und das also wirklich als Entkräftigung meiner Behauptung, gestützt auf Autismus-Super-Experten, auf Diagnosestellen, das Max-Planck-Institut, auf Studien, ähm, das da als Widerlegung zu sehen, das ist einfach schief, das ist falsch, das ist unsachlich, und ja, auch das wollte ich hier in diesem Video nochmal klarstellen. Abschließender Satz von mir, bitte bleibt noch diesen Moment dran, einfach, dass es wichtig ist, das Video rund zu machen, ähm, ja, und einfach auch aus Respekt natürlich meines Vortrages hier, ähm, gegenüber. Das alles ist hoch relevant für die Diskussion über Autismus, weil, ich sage es nochmal, es ist eine Sackgasse in vielen Fällen, was den persönlichen Lebensweg anbelangt, aber vielleicht auch was den Leidensdruck des Umfeldes anbelangt. Wenn Menschen, die zusätzlich eine Persönlichkeitsstörung haben, diese Kriterien erfüllen, dass, äh, dass das nicht erkannt wird, dass diese Menschen weiter sich auf ihrer Autismusdiagnose ausruhen, das sage ich bewusst, weil vielen Leuten ist es einfach sehr viel bequemer, sich zu sagen, ey, meine Identität ist es, Autist zu sein, als zum Beispiel zu sagen, ich bin Borderliner. Autismus wird sehr viel wohlwollender besprochen in der sozialen Wahrnehmung als Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Beispiel. Es führt diese Menschen aber nicht weiter, vor allen Dingen, wenn ihr Leidensdruck, den sie empfinden, Seelenschmerz, Menschenhass, innere Leere, Qual, Emotionsregulationsschwierigkeiten, wenn das überwiegend durch die Persönlichkeitsstörung bedingt ist. Deswegen ist es wichtig, offen zu sein, eventuell zusätzlich persönlichkeitsgestört zu sein und das auch zu, ähm, ja, zu therapieren bei einem Therapeuten. Es verzerrt auch das Bild von Autismus, wenn wir da Autisten haben, die sagen, hey, ich bin Autist, diese Menschen aber zusätzlich persönlichkeitsgestört sind und das aber nirgends erwähnt wird. Ähm, und last but not least, wenn die Leute natürlich vollständig falsch diagnostiziert sind auf Autismus und, ähm, in Wahrheit persönlichkeitsgestört sind, dann ist es ja sowieso letztendlich völlig klar, warum es dann wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn in der Zukunft das Thema Persönlichkeitsstörung in euren, in der, grundsätzlich auf YouTube, das mache ich dann, ähm, ähm, aber auch in den Asperger-Foren, in den Discord-Servern, auf Instagram, auf TikTok, im Zusammenhang mit Autismus, häufiger diskutiert wird, genauso häufig wie das Thema ADHS und Autismus, weil, ja, die Rate an komorbiden Persönlichkeitsstörungen genauso hoch ist. Ich bedanke mich für die wohlwollende, wissenschaftliche, unaufgeregte Asperger- oder Autismus- kollegiale Besprechung und Aufnahme meines Videos. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr, wenn euch das Thema gefallen habt und wenn ihr sagt, yo, fand ich gut, dass du das hier mal auf den Tisch gepackt hast, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr euch für unaufgeregte Videos zum Thema Autismus interessiert und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt und natürlich auch meine ganze Arbeit, ja, zum Thema Aufklärung und Autismus unterstützen wollt, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Ihr Lieben, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht antriggern und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.